Okay, oder so viele wie gehen. Was? Okay, neun. Spontane Entscheidung jetzt, das war... Okay, äh, die kommen auch kurz weg. Und das auch. Steine behalte ich. So. So. Zuck. Zuck. Okay, wie viel Platz lasse ich jetzt dazwischen? So einen kleinen Gang muss ich natürlich noch schon laufen. Oder will ich natürlich schon noch laufen. Geht die so weit wie möglich hier rüber. Hier kann ich leider keinen mehr ran platzieren. Ich kriege hier glaube ich keine zwei mehr nebeneinander. Oder ich packe noch hier ran. Und das geht ja auch so. Kleiner Augenblick. Ist halt nur in der Mitte ein bisschen Platz. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ich könnte aber auch... Ja... Ich kriege hier aber nicht noch einen zwischen. Das ist das. Und in der Mitte ist auch... Nicht so... Nicht wirklich viel Platz. Ich mach's mal anders. Oh nein. Ach, brauche ich noch... Ach so, ich brauche noch ein Zug. Also ineinander ist natürlich auch scheiße. Ach was soll's. Ist hier gar nicht so schlimm. Naja, doch. Ist nichts nicht schön. So, dann mach ich aber wenig... Kann man ein kleines Beet. Oder mittelgroß. Machen wir beide mal. Mal gucken. Ja, davon könnte man mehr in die Mitte zum Beispiel packen. Den möchte ich noch nicht hier. Aber den Schrank... Ja... Irgendeinen Schrank müssen wir ja haben. Ist schon okay eigentlich. Ähm... Die sind sogar bewässert. Also... Ach jo. Find ich nett. Ja, fehlen nur noch die Dächer. Auf auf! Briecht sich fast das Genick hier. Wir können ja eigentlich auch irgendwas in der Zwischenzeit wieder tamen oder so. Ähm... Ja, theoretisch können wir mal gucken. Obwohl, nee... Dann holen wir uns erstmal wieder... Armbrust und so. Und die Axt müssen wir so reparieren oder so. Äh... Das war jetzt nur halbfertig, meine Idee hier. Oh, was ist da denn unterwegs? Ach nein! Unser! Ha! Der ist natürlich nicht hergelaufen, weil er noch auf Follow steht. Das ist schlecht. Den hole ich mir. So. Ein Fauxpas, meinerseits. Ach ja. 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 Einfach zu klein, die Türen. So. Was macht eigentlich der Ofen? Ähm... Ähm... Ist durch. Komm, packen wir jetzt mal das... Hier rein. Holz haben wir noch. Gut. Armbrust haben wir auch hier zu dem noch gehabt. Soweit ich das, äh... noch im Kopf habe. Ähm... Wo? Oder haben die mit? Doch, die haben wir mit. So. Dann machen wir den letzten hier für Narcotics. Nur noch. 75. 71. Inzwischen nur noch. Zack. Zack. Und... Ah, Tür auf. Ist egal. Und auf, jetzt. Können wir mal, dass wir so finden. Ähm... Äh, nee, ich will in andere Richtung. Da, dann. Ach ja, und wir wollten eigentlich noch im Teren... Ne. Ich war doch richtig. Äh, Terenzino... Terenzino... Hier noch, äh... Spinos und so. Vielleicht machen. Wollten wir eigentlich auch noch. Machen wir auch noch. Ja, ja. Ich hätte Angst hier drauf. Wirklich. Große, große Angst. Gucken wir mal, was wir so Spannendes finden. Gibt es so einen Raptor oder so? Muss jetzt nicht sein. Iguanodon wäre halt noch interessant. Vielleicht. Ja, obwohl... Das Ding ist, wie kriegen wir die hier runter? Das ist ein anderes Problem. Wenn die es schaffen, hier runterzufallen und zu sterben... Und dann unten müssen wir die Teren... Aber dann müssen sie auch erst mal wieder auf Land kommen. Also, äh... Müssen wir erst mal gucken. Oh, ihr seht aber auch... Ja, das war's wohl mit euch. Loot. Ähm... Ja, das ist nur ein... Fium hier. Okay, pass auf. Wir nehmen die Terezinu. Ähm... Weil, wenn wir hier eh Loot-Spots sind... Und wir hier unten drum laufen... Und eh hier killen wollten die... Bösen, bösen Spinos, dann... Ist es an sich egal. Und wenn wir die runterkriegen müssten... Irgendwie die Viecher... Ist natürlich auch so ein... Problem. Ich nehme mal noch ein bisschen Eisen mit auf den Weg. Oder Metall. Und dann... Ja. Oh, das ist auch die falsche Hacke, ne? Ne, ne. Das ist nur ein Vorkommen hier. Ne. Ne, doch. Warte. Das ist nur eins. Das ist so enttäuschend. Ne, das ist nur Steine. Na ja... Na ja. 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 Sooo ich glaube 5 braucht man aber nicht viel gut so so und Und solange wir rüberlaufen können, machen wir es dann noch. Jo, auf geht's. Wir machen die Tour da rüber. Na gut, wenn wir was thämen sollten, müssen wir jetzt mit 50 Narcos auskommen. Auch wenn wir schnell neue machen könnten, wahrscheinlich. Ja, aber wir sind halt nicht in der Nähe. Vielleicht das Floß mitnehmen sollen. Egal, wir sind schon zu weit. Nicht, aber wir gucken. Alles fürs Level. Der würde mich interessieren. Irgendwo es heller ist, auf jeden Fall müssen wir. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist ganz schlecht. Ich hoffe, er kippt um. Ich kann noch nicht pfeifen. Eigentlich sollte er umkippen. Wenn er wegrennt. Und ich habe ihn ja noch danach mit einem Pfeil getroffen. Okay, ich brauche, ich brauche mal wirklich Sicht von oben. Und Licht vielleicht, ja. Und Licht vielleicht, ja. Okay. Und ich kann noch nicht pfeifen. Ja. Ja. Noch haben wir da jetzt Licht. Das heißt, da schon mal scouten. Hm. Das ist ja blöd jetzt, ne? Wo kann der denn sein? Ich hoffe nicht im Wasser, aber... Das mit den Schatten, das macht keinen Sinn. Das ist einfach... Das verstehe ich nicht. Also, er ist auf jeden Fall in die Richtung gelaufen. Licht. Ja. Hm. Hm. Paris interessiert mich nicht. Dieser Troodon. Tro, 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 tro. Tro, 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 tro. Ja, ich weiß es nicht. Oh, wir können Bären. Ja, ich weiß es nicht. Dann lassen wir das, weil... Naja. Bringt uns ja jetzt gerade auch nichts. Schade. Hm. 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 Ach ja, hier noch ein bisschen aufräumen. Hm. 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 Wollen wir uns den? Wohl 95. Eigentlich brauchen wir nur irgendeinen kleinen. Damit wir Stein farben können damit. Na ja. Hm. Hm. Da hinten sehe ich doch schon mal ein Ziel von uns hier. Ein Spino. Spino sollten wir vielleicht nicht unbedingt tamen. Ich weiß es noch nicht. Ein Terrobird? Was ist das? Hm. Hm. Das ist so ein Lurch-Ding? Oder... Nee, was ist das? Nee, das ist so ein Kokodil-Ding. Aber... Ich weiß es nicht. 3 Level wieder. What the fuck? Ausdauer würde ich sagen reicht. Kann ich sehen nicht mehr. Und dann machen wir den Rest noch auf Attack und dann ist gut. Jetzt haben wir ein Rezept. Yes. Ah guck mal da ist er. Aber auch nicht unser Ziel. Hier gibt es aber wieder Fische. Interessant. Aber Piranhas. Aber wir sollten jetzt ja ein bisschen Fisch dabei haben. Yes. Okay. Und weiter. Hm. 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 Kann man was. Werden wir auch angreifen. Nachdem ich auch nochmal aufgestiegen bin. Na ja. Stört man nicht. What? Überträut man nicht. Oh. Er lebt doch. Wollen wir mal ein hoher sein. Jo. 135. 35. Oh. Dann. Uh. Nice. hier drin so also wir können auch gleich mitnehmen ist es ja unglaublich was hier passiert viel zu viel stuff so da hätten sich doch schon unser nächstes update will update er will ab ja doch noch nicht du wirst du doch weg rennst du doch weg so mein mein word oder nicht mehr ach ja so niemand kann sich mehr mit uns anlegen hier ist es Hello there